Liebe Polizisten, was denkt ihr euch eigentlich? Das meine ich jetzt nicht nur rhetorisch im Sinne von, was fällt euch eigentlich ein, sondern was denkt ihr euch in bestimmten Situationen? Was ist euer Plan und seid ihr stolz auf euch? Ich erkläre kurz ein paar Situationen und darauf hätte ich dann gerne eine Antwort. Die Situationen sind vielfach in unserer Praxis vorgekommen und ich hätte gerne eine Antwort, was ihr euch in solchen Situationen denkt. Schreibt mir Direktnachrichten, ruft mich an, kommentiert es unter das Video. Ich möchte es ehrlich wissen. Beispiel 1. Häufiger Fall. Also hatten wir schon mehr als 100 Fälle. Die Polizei steht auf einem Festival an der Toilette. Irgendwelche Elektro-Techno-Festivals. Und da stehen dann zwei Zivilbeamte, stehen in der Nähe der Toilette. Und kontrollieren dann viele, die die Toilette gerade verlassen. Unter dem Vorwand, ja, wir haben eindeutige Konsumgeräusche aus der Toilette gehört. Und dann wird die Person am Körper vollständig durchsucht nach Betäubungsmitteln. Unsere Frage als Verteidiger dann immer, wie können Sie auf, waren Sie schon mal wirklich auf, also Herr Vorsitzender, Richter, waren Sie schon mal auf einem Elektro-Festival? Wahrscheinlich nicht. Aber haben Sie eine Ahnung, wie laut es auf so einem Festival zugeht? Und eindeutige Konsumgeräusche meint das Schniefen von Kokain, das Schniefen von Amphetamin. Wie laut, kann jetzt jeder zu Hause mal ausprobieren, wie laut kannst du schniefen? Die Nase hochziehen. Auf einem Elektro-Festival, auf der Toilette, wo wahrscheinlich der Bass mit 95 Dezibel durchgeht. Das ist unser erstes Problem. Das zweite Problem. Zwei Kriminalpolizisten in Zivil verbringen ihren Abend auf einem Elektro-Festival. Nachtschicht, die wir Steuerzahler zahlen, am Wochenende. Um dann 0,2, 0,5, 0,9 Gramm Amphetamine oder Kokain sicherzustellen. Ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Oder wie stellt ihr euch das vor? Und dann kommt unser durchschnittlicher Verwaltungsbeamter oder Betriebswirt oder Automechaniker, geht aus der Toilette und dann findet die Polizei ein halbes Gramm. Vielleicht gibt es dann noch eine Durchsuchung zu Hause. Die Nachbarn und die Familie bekommt es mit. Dann gibt es eine Geldstrafe. Also in Süddeutschland, auch für ein halbes Gramm Amphetamine oder Kokain, gibt es eben meistens auch Geldstrafen. Da ist nichts geringe Menge zum Eigenmittel auf Einstellung, da wirst du verurteilt. Verurteilung heißt Eintrag im Bundeszentralregister. Heißt, wenn du Beamter bist, Lehrer, Erzieher im Gesundheitssystem, gibt es oft Probleme. Da kann sein, dass deine Karriere ruiniert ist. Beim Besitz von Kokain oder Amphetamin in ganz Deutschland, auch wenn du nicht Auto gefahren bist, ist dein Führerschein oft weg. Das heißt, wenn du Pech hast, Familie, Probleme, Führerschein weg, Karriere weg, Geldstrafe, Eintrag in der Polizeiakte. Ihr Kriminalpolizisten, die euer Wochenende, den Abend auf der Toilette verbringt und wahllos Leute bloßstellt, ausziehen lässt oder in der Unterhose kontrolliert, ob sie nicht vielleicht 0,3 Gramm Kokain dabei haben. Seid ihr stolz auf euch? Denkst du, wenn du dann zu Hause bist um 5 Uhr, die Schicht ist vorbei, 5 Uhr früh, du gehst ins Bett, denkst du dir, also heute habe ich wieder Deutschland zu einem besseren Ort gemacht. Oder was ist die Intention? Was ist die Intention? Oder ist die Intention, dass man sagt, ja Betäubungsmittel sind so schlimm. Betäubungsmittel können Menschen ruinieren, dass sie ihre Familie oder ihre Arbeit verlieren. Deswegen machen es gleich einfach wir auf der Toilette, meistens ohne Rechtsgrundlage. Ist das die Intention, dass man sagt, Betäubungsmittel sind so katastrophal schlimm, wir müssen die abnehmen und es muss stigmatisiert und verurteilt werden. Das ist unsere Aufgabe als Polizisten. Mein absichtlicher Unterton dabei, nein ist es nicht. Warum kann man nicht drüber reden, dass man sagt, liebe Vorgesetzte, liebe Staatsanwaltschaft, die ihr oft trefft, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, unsere Arbeitskraft an einem anderen Ort einzusetzen. Gegen tatsächliche Verbrechen, dort wo es wichtiger ist, gegen Gewaltkriminalität, Sexualverbrechen, in die Richtung die Kräfte zu bündeln und nicht unbescholtene Bürger, die verbotene Betäubungsmittel konsumieren, dann zu stigmatisieren und zu entsozialisieren. Und wie stolz ist man darauf, wenn man dann auch noch Strafprozessrecht ignoriert und überschreitet? Wenn man dann die Person noch irgendwie ohne richterlichen Beschluss dazu überredet, dass sie einen freiwillig in die Wohnung lassen, dass man noch mitten in der Nacht irgendwie die Eltern und die Geschwister weckt und vor den Nachbarn bloßstellt, weil man jetzt auch noch die Wohnung durchsucht, wegen 0,3 Gramm. Muss das denn sein? Oder was ist die Intention dahinter? Ich möchte es verstehen. Spätestens jetzt werden viele schreien, ja, es gilt ja das Legalitätsprinzip. Die Polizei muss, wenn es einen Anfangsverdacht für eine Straftat gibt, einschreiten und muss ermitteln. Die Polizei muss ermitteln und die Staatsanwaltschaft muss ein Ermittlungsverfahren eröffnen. Ja klar, aber muss ich mich denn dort postieren, wo ich solche Lappalien-Delikte und solche Bagatellstraftaten erforsche und erst solchen Anfangsverdacht schaffe? Wäre es nicht sinnvoll, irgendwie beim Festival mich eher draußen zu positionieren? Oder an irgendwelchen Partymeilen, wo draußen die Schlägereien stattfinden, wo draußen die Messerstechereien stattfinden, wo draußen die Sexualstraftaten stattfinden, wo ich noch Straftaten verhindern kann und nicht die eigenverantwortliche Selbstgefährdung von Festivalbesuchern unter Strafe stehe. Weil im Endeffekt, wenn jemand alleine auf die Toilette geht und sein Amphetamin konsumiert, dieser Straftäter gefährdet niemanden. Draußen, da werden die Personen gefährdet und da werden Unbeteiligte gefährdet, verletzt, vergewaltigt, abgestochen. Meine zweite Frage an euch. Warum nehmt ihr eure Verpflichtung nicht ernst, den Beschuldigten oder die Beschuldigten im Strafverfahren nicht bloßzustellen und nicht zu stigmatisieren? Gerade letzte Woche habe ich dreimal wieder von Polizisten gehört, ja, also sie können jetzt freiwillig dann erscheinen zur erkennungsdienstlichen Behandlung, für Fotos, Fingerabdrücke und so weiter, sie können es freiwillig machen. Wohlgemerkt, es ist auch freiwillig. Ja, aber wenn sie es jetzt nicht freiwillig machen, dann kommen wir eben morgen in die Arbeit. Warum? Warum? Welches Interesse hast du, lieber Polizist, liebe Polizistin, welches Interesse hast du, dass in eurer Kartei jetzt von jemandem, der strafbare Gegenstände zum Beispiel im Internet bestellt hat, dass du von dem ein Foto in der Akte hast? Warum brauchst du dessen Foto? Und wo ist der Zwischenschritt zwischen, du machst es jetzt freiwillig zu, ja, wenn nicht, dann fahren wir eben morgen in Uniform zu dir in die Arbeit. Warum gibt es nicht den Zwischenschritt, oder warum macht ihr nicht den Zwischenschritt, der eigentlich vorgeschrieben ist, ja, wenn du es jetzt nicht freiwillig machst, dann gibt es eben von uns eine offizielle Anordnung. Und dann kriegst du morgen einen Brief und dann musst du erscheinen. Warum kein Brief? Warum muss der Druck ausgeübt werden, damit man sagt, ja, du machst es jetzt freiwillig oder sonst stellen wir dich morgen eben in deinem Betrieb bloß. Vor allem Kollegen, Chef, Kunden. Und führen dich oft in Handschellen von der Arbeit ab. Und das allerschlimmste Thema, Haftbefehl. Warum, wenn ihr, ihr seid die Personen, die an erster Front stehen und das Grundgesetz, die Grundrechte, Menschenrechte der Bürger verteidigen. Warum tut ihr es nicht? Warum gehen die Haftbefehle auf euer Konto? Wenn es zum Beispiel eine Durchsuchung gibt, in der Wohnung, im Haus und es werden irgendwelche verbundene Gegenstände gefunden, es gibt ein Ermittlungsverfahren, was auch immer. Die vorläufige Festnahme, das heißt, dass der Beschuldigte, die Beschuldigte mit zur Polizei genommen wird, ist nicht Standard, sondern in extremen Ausnahmefällen nur möglich, wenn die Rechtsgrundlage für eine vorläufige Festnahme gegeben ist. Und das ist in aller Regel der Fall, wenn die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorliegen. Ich hatte es vor zwei Wochen wieder, jemand wird festgenommen und ich telefoniere dann mit dem Polizeibeamten. Der mir dann sagt, ja, jetzt fahren wir erstmal aufs Revier und dann schauen wir mal weiter und dann können wir in zwei Stunden nochmal telefonieren. Ich frage dann, aber warum? Also warum wird jetzt die Festnahme durchgeführt? Warum wird jetzt die Festnahme erklärt? Also die vorläufige Festnahme. Es gibt ja keinen Haftbefehl. Warum erklärt ihr, liebe Polizisten, jetzt die vorläufige Festnahme? Ja, weil wir noch nicht mit dem Staatsanwalt telefoniert haben und jetzt müssen wir mal klären, ob Haftbefehl beantragt wird. Ich habe es ja gerade vorher schon erklärt. Es müssen die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorliegen. Und dann sagt der Polizist zu mir, ja, aber wir fahren jetzt aufs Revier und nehmen fest, weil wir jetzt erstmal klären müssen, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorliegen. Und dann frage ich, ja warum denn? Warum? Also wie kommt ihr auf die Idee, dass jetzt hier die Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegeben sein könnten? Kurze Erklärung. Es gibt tatsächliche Anhaltspunkte, dass die Person Beweismittel vernichten wird zum Beispiel oder auf Zeugen Einfluss nehmen. Dafür muss es tatsächliche Anhaltspunkte geben. Für alle vier Varianten muss es tatsächliche Anhaltspunkte geben. Und ich frage dann den Polizisten, was gibt es denn für Anhaltspunkte? Was haben sie denn rausgefunden, dass sie jetzt davon ausgehen, dass er flüchten wird? Oder dass er verdunkeln wird? Oder was auch immer? Ja, noch nichts. Noch. Und dann sage ich, ja, aber dann müssten sie ihn auch freilassen. Weil wenn es noch keine Anhaltspunkte gibt und noch keinen Haftgrund gibt, dann gibt es halt auch noch keine vorläufige Festnahme. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal den Staatsanwalt. Und das ist so wahnsinnig, dass da sechs bis acht Polizisten in der Durchsuchung drinstehen und niemandem auffällt, dass es eigentlich keinen Haftgrund gibt und dass die vorläufige Festnahme, die sie gerade durchführen, eigentlich rechtswidrig ist. Und ich muss im Endeffekt den Polizisten ja fast schon den Haftgrund in den Mund legen, damit das dann so lapidar irgendwie bestätigt und sagt, ja, ja, Fluchtgefahr haben wir schon. Warum? Ja, keine Ahnung. Das ist so. Und in Deutschland ist es so einfach, dass eine Person festgenommen wird. Ein schwerer Verstoß gegen Grundrechte, gegen Menschenrechte, ein strafbarer Verstoß. Das sind Nötigung und Freiheitsberaubung. Und da möchte ich gerne wissen, was ist eure Motivation dahinter? Lernt ihr so, dass das normal ist und dass das korrekt ist, dass man sagt, ja, ab 50 Gramm aufwärts ist Fluchtgefahr oder bei Diebstahl über 1.000 Euro oder Betrug müssen wir von Fluchtgefahr ausgehen und dann wird erstmal festgenommen mit drei Stunden und dann wird einem Staatsanwalt telefoniert, gegen das ausdrückliche Gesetz, gegen den ausdrücklichen Gesetzeswortland. Was ist eure Motivation? Denkst du dir, ja, jetzt haben wir wieder jemanden und jetzt sitzt er drei Stunden bei der Polizei, dann kann er sich erstens mal um Kopf und Kragen reden, dann haben wir keine Arbeit mehr, weil wenn er ein Geständnis macht, gibt es für uns nichts mehr zu ermitteln. Oder denkst du, wenn er jetzt um Kopf und Kragen redet und alle seine potenziellen Mittäter hinhängt, dann haben wir nicht nur ein Verfahren, sondern fünf Verfahren gegen andere und dann haben wir mehr Aufklärung. Oder denkst du dir, ja, wenn der jetzt drei Stunden bei der Wache sitzt, dann lernt er draus, weil die Urteile in Deutschland, die sind viel zu milde, der soll jetzt draus lernen, der soll jetzt wenigstens bei uns mal drei Stunden eingesperrt sein und den Eindruck der Haft mal bekommen, dass er es nie wieder macht. Was ist Orientation? Oder wisst ihr es nicht besser? Denkt ihr tatsächlich, ist es so, dass die Polizei wie im amerikanischen Hollywoodfilm einfach so bei jeder Straftat, den die Beschuldigte einfach mitnimmt erst mal drei, vier, fünf Stunden? Oder wie im Tatort? Denkt ihr, das ist normal? Und da, ich hätte gern tatsächlich, das ist eine ernsthafte Frage. Also nicht, sagen wir mal, es ist zu 70% eine ernsthafte Frage. Zu 30% ist schon eine Anklage von mir, aber ich würde es tatsächlich gerne wissen. Wo ist die Motivation? Wo liegt eure Motivation, das zu tun? Und seid ihr dann nach Feierabend stolz, wenn ihr abends ins Bett geht und denkt, okay, dem haben wir es aber jetzt wieder gezeigt? Also liebe Polizisten, ich habe höchsten Respekt vor eurer Arbeit, ihr macht sehr wichtige Arbeit. Aber werdet euch bitte bewusst, dass eure Arbeit es ist, Straftaten zu verhindern und Grund- und Menschenrechte zu schützen. Die Bundesrepublik Deutschland. Weil die Bundesrepublik Deutschland sind wir alle mit unseren Grund- und Menschenrechten und nicht der Staatsanwalt, die Ermittlungsrichterin oder die Justiz. Also bitte denkt einfach vielleicht einmal drüber nach. Und wenn ihr euch für Strafrecht interessiert, auch liebe Polizisten, abonniert den Kanal. Wir sehen uns.